Unser nächster lateinamerikanischer Tanz ist der Jive und wir unterrichten den normalerweise nach Boogie und Cha-Cha-Cha. Sie werden sich jetzt fragen, Boogie, Cha-Cha-Cha, was hat das damit zu tun? Sie haben den Cha-Cha-Cha schon erlernt, Boogie schon erlernt und wir nehmen aus jedem Tanz einige Bewegungen. In Boogie hatten wir doch getanzt Side, Side und dieses Ta-Cha-Cha. Dieses Ta-Cha-Cha nehmen wir für den Jive. Im Cha-Cha-Cha hatten wir getanzt vor Platz und Cha-Cha-Cha nach links und Cha-Cha-Cha nach rechts. Wir nehmen diese beiden Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha. Wir fangen hier an mit Rückplatz, der Herr mit links und der Herr mit rechts, wie Boogie jetzt eben. Tag, Tag. Jetzt tanzen wir Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Ja? Und da haben wir dann acht Bewegungen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und auch bei diesem Eins, zwei machen wir keine großen Schritte, weil dann werden wir schwerfällig, sondern ganz klein, einfach. Tack, tack. Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist also der Grundschritt im Jive, den wir jetzt mal mit Musik tanzen. Wir hören vier Schläge. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Haben aber jeweils mehr Schritte, sodass wir was Schnelles tanzen müssen. Tanzen also hier. Eins, zwei, schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang, 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 schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang, 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 schnell, schnell, lang, schnell, schnell, lang, lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und ruhig die Füße immer ein bisschen heben. So, das war der Grundschritt. So, und wenn Sie jetzt noch Ausdauer haben, können wir auch mal den Platzwechsel tanzen, den wir ja schon aus dem Boogie und aus dem Disco Fox kennen. Nur wir tanzen jetzt hier wieder den Rhythmus im Jive, also diese acht Bewegungen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt hebe ich die Hand mit der rechten, führe ich die Dame wieder in diesen Platzwechsel. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wieder zurück. Da, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und hole sie dann wieder drei, vier, fünf zu mir hin. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt will ich führen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann wieder drei, vier, fünf. Wieder zusammen. Das machen wir dann auch mit Musik. Musik So, und wenn Ihnen das Flirten im Boogie Spaß gemacht hat, dann können Sie das doch hier auch im Jive tanzen, nur halt wieder den Jive Rhythmus tanzen. Nämlich 1, 2, den Platzwechsel. Dann nimmt der Herr die Hand nach unten, sodass die Dame also nicht wieder zurücktanzen kann. So lange wie der Herr Lust hat, sind Sie jetzt hebig wieder und dann kommt sie wieder zurück. Und das machen wir auch mit Musik. Hand runter. Jetzt wieder führen. Normaler Platzwechsel. Wieder zurück. Wieder zu sich hin. Mit Flirten. Und wieder zurück. Das war der Jive. Jetzt noch einige andere Figuren im Jive, die Sie vielleicht später noch erlernen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018